Servus, grüß euch! Ich mache normalerweise eher keine Reaction-Videos und wenn ich welche mache, dann müssen die schon einer meiner absoluten Lieblingsbands gewidmet sein und wie der Zufall so will, kommt heute am 2.4.2021 die neue Single von Halloween raus, nämlich Skyfall und die premieriert auf YouTube in wenigen Minuten und da werden wir mal gescheit darauf reagieren. Premiere startet gleich, jederzeit geht's los und ich bin wirklich schon so gespannt, Halloween begleitet mich wirklich schon seit der jüngsten Kindheit, ich liebe die Keeper-Alben und ich liebe auch die 90er Ära, die Ära danach, ab The Dark Ride, da habe ich Halloween dann ein bisschen aus den Augen verloren, aber spätestens seit Pumpkins United bin ich wieder voll dabei, einfach unglaublich super, dass die Sänger wieder vereint sind, alle drei, inklusive Kai Hansen. Wann startet denn die Premiere endlich? Im Chat geht's schon ab. Und noch zwei Minuten, aber das kürzen wir ab. So, zwei, eins und los geht's! Oh, schön schön! Klassischer Kiss, gell? So. Jawohl, Kai Hansen-Songwriting, das hört man! Kai! Nice! ." Ja, super, super und auftauch! Wie ein Jungspund singt der, der Michi! Musik 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 Super, also der Refrain, muss ich sagen, der war immer als Spur zu... Er war ein bisschen zu klischeehaft, ein bisschen zu... Der Iron Man ist auch da, wie geil! Aber der Zwischendell war super! Ah, der Kai singt! Kai, wie geil! Er ist der Coolste! Der Großvater des Melodik-Metal! Ein Paar jagt den Anderen! We're twisting, we're turning, we're running, we're burning! All around the maze! I'm through the madness, no type of sadness! And no one can show us the world! Through Angel 18! The tension now grows, we're getting so close! Enter the ship, stop the engine, and open the gates! Of Angel 18! I went through the sky! I'm dead! Ha 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 ha! Und das ist ja ein einziges Zwischenteilfest dieser Song! Ich liebe es! Die schrägste Gitarre ever! Stuckling from the highway of the pool! Immersion das Sparkle fuel provides you all! A South Ferry-Metal loan! Sie wird die Welt und schrägter und wie viele Menschen bei dir! Hey, »little Alien«! Was haben sie mit dir getan? Alle Survivorinnen hier haben? Und sie werden alle einfach einfach nur beobachten? Da schlägt das Nerd jetzt höher. Da schlägt das Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, shit! Oh, shit! And when the sky falls Everything is changing Changes came across the sky Welcome to the other side Everything is changing Everything is changing When the sky falls Ja, das war's also... Oh! Eine After-Credits-Szene Das war also Skyfall, die brandneue Single vom brandneuen Halloween-Album, das in Kürze erscheint wird, nämlich am 18. Juni 2021 wird das Album, das selbstbetitelte Album Halloween erscheinen und ich kann es euch gar nicht sagen, wie ich mich da schon drauf gefreie. Ich finde das so genial, dass das Halloween jetzt wieder komplett sind. Also hundertprozentig komplett sind sie nicht. Wie gesagt, die... Die 90er-Ära ist nicht ganz inkludiert, aber das soll jetzt auch nicht so wichtig sein. Hauptsache der Michi Kiske ist wieder dabei und der Kai Hansen ist auch dabei. Ich freue mich so und ich bin schon so gespannt auf die CD. Wie hat mir der Song gefallen? Sehr gut. Am Anfang war ich noch ein bisschen verunsichert. Der Refrain hat mir nicht ganz so getaugt, aber diese ganze abwechslungsreiche... Ja, diese abwechslungsreiche Berg- und Talfahrt, die dann nachher noch kommt, in diesen sieben Minuten war, schon sehr geil, großartig, komponiert sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, ich muss dieses Video jetzt möglichst schnell beenden, damit ich mir den Song gleich noch einmal anhören kann. Ja! Und hiermit wären wir auch schon im Eigenwerbesendungsteil von diesem Video. Hat mir wieder sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt auf meinem Kanal auf Humaldo Rockt. Der hat mich auch sehr gefreut, wenn ihr in Zukunft öfters vorbeischaut. Was gibt es bei mir? Bei mir gibt es ganz viele underground österreichische Berichte aller Art, Albumvorstellungen, aber auch immer wieder Ausflüge in den sogenannten Mainstream, so wie heute zum Beispiel, bei Halloween. Und ja, in Richtung Melodic Metal, Power Metal wird es auch in Zukunft öfters etwas geben, weil ich finde, das kommt viel zu kurz heutzutage. Und ja, seid gespannt! Ja, dann danke nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt... Metal, Alter! AVG